Gut, ich würde sagen, ich habe das noch nicht gemacht. Hallo Micha, da drüben verprügelt gerade ein Bär einen Zombie. Ich finde es scheiße, dass hier ein Bär ist. Ich gehe mal rein. Und repariere erstmal eine Waffe. Und den Baseballschläger. So. Und dann repariere die Generatoren. Der ist irgendwo unten. Oh Gott, da liegt der... Oh Alter, das... Gott, mein Herren. Ja, heute mit Facecam, ne? Ich hoffe, der Bär kommt nicht rein, ne? Das wäre... Dezent scheiße. Dann rotze ich ihm alles entgegen, was ich irgendwie hier am Start habe. So. Ich muss pinkeln. Das ist ein ungünstiges Zeitpunkt. Blase. Ich bin aber auch vorher nicht gegangen, ne? Zu meiner Verteidigung. Zur Verteidigung meiner Blase. Hätte ich ja machen können vorher. Oh Gott, da kommt der... Hau noch einer raus. Yeses. Holy fucking. Holy. Yeses. Von beiden Seiten ist es gemein. Warte mal. So. Außerdem waren die... Bam, sie waren im Damen-Klo... Im Herren-Klo drin. Das ist ja unverschämt halt. Sowas macht man nicht. Liebe Kinder. So. Generatoren. Wobei erstmal hier das Abbau. Moin. Ja, wir haben geschlossen. So. Du hast dein Konto überzogen. So. Faule Müll. Ich weiß gar nicht, ob ich... Okay, die müssen wir auch noch... Ich würde erstmal den Generator anschalten. Und dann den Rest looten. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ich muss runter in den Keller. Runter in den Keller. Das ist die Sache. Wo geht sie runter in den Keller? Oh ne. Schnauze. Boah, der Bär ist mir unheimlich, ne? Ich glaube, ich muss... Ich brech mich einfach durch die... Huuu. Oh, durch die Tür durch. Wo kam es denn woher? Bam. Sir. Oh Gott. Ja, komm her. Kriegst auch noch Dresche. Bär. Das sieht so aus, als könnte man runter. Oder auch nicht. Wo geht es denn hier rund? Muss ich wahrscheinlich wieder im Licht folgen, ne? Irgendwie sowas. Aber da geht es rauf. Aber vielleicht ist da oben irgendwo... Oh, Messing. Nein. Vielleicht ist da ja oben irgendwo... ... ein Gang, der wieder runter geht. Oh. Oh. Oh, ein Kronleuchter. Ich glaube, der gibt auch Messing. Messing in Action und so. Kann man denn nirgends wo runter? Aua. Der war... Mann. Sacknase. Hier muss man doch irgendwo runterkommen können. Das ist ja ein Aufzug. Ein Aufzugschacht. Hä? Hä? Ich sehe aber auch keine Lichter, die mir irgendwie wegleuchten. Bei sowas. Das muss ja eigentlich irgendwo untergehen. Bär, du machst mich nervös. Oh Gott. Kommst du hier rein? Auch nicht mit dem Hintern. Ha. Oh Gott, Alter. Du, diese Kacke. Ich hasse euch. Ihr Pillen. Mann. Das ist so eine Scheiße hier immer. Mit den Viechern. So. Ich muss drin bleiben, aber irgendwo müsste ich auch runterkommen können. Okay. Gehe ich da rein. Da ist sie doch schon... Eher nach dem Haus. Okay. Waffentasche. Cool. Eine Magnum. Okay. Hier haben wir den fetten Dude. Oh. Ich hab' ich nicht gesehen. Ja, sorry. Oh Gott. Kommt da jetzt noch jemand runter? Fröhnen runter? Bitte nicht. Oh, da kommt bestimmt jemand runter, ne? Okay. Die Tür ist offen, aber verschlossen gleichzeitig. So. Der Generator ist... Ich find's mega geil hier drin, ne? Muss ich übrigens mal sagen. Da geht's nicht durch. Reload? Es wird alles gelootet. Erster Generator einschalten. Irgendwie. Will ich da hinkommen. Aber ich komm da nicht hin. Hä? Hä? Was? Das hat 7.000. 10.000. Was? Muss man doch durchkommen können. Warte mal. Hä? Hä? Aber das Licht sagt da lang. Ganz im Endeffekt. Scheiße. Ich mach so einen Panther-Knacker. Scheiß drauf. Auch wenn's nicht der alternative Weg ist. Ich weiß, aber... Oh, wo? Mann. Ey, ihr Lappen. Was ist dieser Scheiß-Generator? Da ist ein Weg. Was ist hier drin? Oh, das geht auf Zeit. Okay, okay, okay. Oh, das geht... Oh, nee. Das kann auch abbrechen. Willst du mich verarschen? Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Meine Blase will pinkeln. 7, 6, komm schon. 5, 4, 3, 2, 1. Tür ist gleich offen. Spiel. Okay, mega. Cool. So, haben wir das Gebiet. Echt jetzt? Das ist was Großes. Das ist was Großes am Start. Cool. Klingt nach einer Katze. Hallo? 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 Oh Gott! Oh, fick dich doch, meine... Gott! Alter! Ich muss pinkeln. Mach das doch sowas nicht mit voller Blase. Oh. was? Haha. Hä? Klingt nach einer Raubkatze so'n Scheiß. Wo? Da. Aber irgendwo sind doch noch Viecher. Okay, sauberes Gebiet. Wo ist das hier noch? Oh Gott! Jo, da legst du ihn dir. Sehr schwunghaft. Und jetzt? Er sagt mir aber auch nicht an, wo ich noch hin muss. Komm, gönn dir mal ein Bier. Für die Nerven. Ich hab dich doch erwischt. Ich check die Quest nicht. Okay, wahrscheinlich irgendwo, wo der eigentliche Eingang ist. Was haben wir hier? Bekannt wie vor allem Feuereffekte von Brandwaffen, wie Fackeln und Molotow-Cocktails brennen länger. Habe ich auch nicht benutzt, ne? Molotow und so. Das Ganze zerlegen. Ich würd gern wissen, wo ich hier noch was töten muss. So, wo war jetzt hier dieser Eingang? Ach, da ging es durch und dann... Ah, okay. Okay. Dann da durch. Okay, jetzt hab ich's. Da war die Falltür? Ich hätte raufgemusst aufs Dach. Okay. Gut. Wäre ich da raufgekommen? Da. Komm. Okay. Aber sag, ich muss runter. Pfff. Roh und munter, aber nicht so. Spiel. Alec. Das reicht für genau eine Rahmenform. So. Wohin? Nach da hinten? Ich check nicht ganz, was ich da soll. Hier unten. Ist übersehen. Ah, hier geht's. Ah, okay. Hier geht's weiter. Da sitzt einer. Das ist Müll. Das heißt, ich hätte hier einfach nur... ...die Fenster kaputt machen können. Hu! Gott, du bist aber schnell hoch. Oh Gott! Ich bin aber schnell... ...schnell durchgekommen. ...schnell durchgekommen. Okay, irgendwas noch? Der da. Alter, jetzt kippt doch rum! ... ... ... ... ... ... ... Okay, rede mit dem Händler. Ich hab's geschafft. Okay. Gut. Ist erledigt. Ähm, grad zu. Ich hoffe, ich muss erstmal was fressen hier auf den Schreck. Glas. Machen wir nicht. Nee, das nehmen wir mit. Das heißt, können wir jetzt noch den ganzen Wachs hier... ... 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 Sarahs Schatzkarte mal wieder. Die Terrenschuhe. Das nimmst du mit. Den Verband nimmst du mit. Die Magnum. Okay. Gut, also. Wir haben es. Ich bin fertig. Ich gehe zum Händler. Jo. Ich sage mal nichts. Das ist ein Huhn. Das könnte ich mir hier, ne? Und so. Ich bin auch nicht. Knochen, 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 Knochen. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Okay, aber irgendwo. Ich bräuchte halt dringend was zum Fressen, ne? Vorhin ist eine Tanke. An Tanken gibt es auch immer was zum Essen. Neben Benzin. Dosen Nudeln. Die, ähm, gönne ich mir. Ähm, ich habe kein Geld dabei, ne? Fuck. Ähm, Montal. Alles rein. Kohle raus. Und ich hätte gerne eine Dose Nudeln, bitte. Eine Dose Fond. Und. Mehr. Heimtische Kätzchen. Mehr hat das nicht, ne? So, lass es dir schmecken. Gönn dir. Wenigstens ein bisschen. Ist nicht viel. Aber vielleicht ist da drin noch was. So, Sir, ich hätte gern was zum, ne? Und so. Ich habe Hunger. Gibt es hier was zum Essen? Kühlbox? Irgendwas? Ah, es gibt Wasser. Ich brauche Fressalien. Habt ihr aber nicht, ne? Oh Gott, du hast aber auf jeden Fall eine Fressalien. Wenn ich dann Wanst mir ansehe, ne? Dann hast du aber richtig Hunger gehabt hier. Oh Gott, ist das gemein. So, haben wir hier irgendwas zum Essen? Hey, Bob. So, komm. Pass and Gas. Was ist da drin? Oh ja, gut. Kannst du mitnehmen. Werkbank. Alles klar. Auto. Oh, ist nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay, da hinten ist ein Wolf. Das wollen sie aber auch alle wissen hier. Komm, bleib liegen. Bitte. Werkstattkasten. Weihroh, ich brauche was zum Essen. Oh, Junge. Ich will doch nur was zum Fressen. Lass mich doch mal bitte was essen, hey. Ich sterbe hier den Hungertod. Ihr geht mal alle penetrant auf den Piss, ihr Pimmel. Fleisch mit. Hauptsache Fleisch im Stahl. Alles andere ist mir kackegal. Scheiß drauf. Das Tierfett braucht keine Sau. Ist was zum Essen drin? Holz. Ich meine, ich könnte zur Händlerin fahren. Die hat auch was zum Essen. Aber das, ähm. Chemiestation. Das nimmst du mit. Ähm. Was lässt du hier? Gar nichts, ne? Am Ende. Äh. Doch, die Knochen. Dafür Antibiotika. So, haben wir oben was? zum Essen. Oh Gott, diese Vögel. Ja, komm her. Du bleibst unten. Mach's gut. So, das ist ein Lunchbox. Was ist denn Wasser? Och, Mann. Blutbeutel. Glas Honig, das kann man benutzen, weil dann geht meine Infektion weg. Und... Das ist alles okay. Bauplanreserve. Oh, ein Rad. Oh, Gott. Bist du schon wieder oben? Ist aber schnell gewesen, hey. Halt doch mal alle die Schnauze jetzt. Ich will doch hier nur looten. So. Die Vögel sehen stark wie die aus Westfall bei WOW. Echt? Echt? Bisschen. Okay, ist eine Autoteilekiste. Das würde ich gerne mitnehmen. Das auf jeden Fall ist Rad auch. Und sowieso. Kannst du das mal benutzen? Den Bauplan kannst du mitnehmen. Ähm... Fehlern brauche ich nicht. Und Saras Schatzkarte kannst du eigentlich, äh... Aktivieren. Oh, Platz fürs Rad. Ich geh runter und, ähm... Fahr... Weg hier. Au, Entschuldigung. Sind wir da? Technikfreak, bewahre deine Roboter davor auf der Müllkippe zu landen. Roboter und Schockstäbe nutzen sie es 20% langsam ab. Danke. Eine einfache Glühle. Oh, gibt's tolle Sachen drin? Hey Stumpi! So. Rein hier. Alles einlagern. Bam, 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 bam. Und... Ja, ich geh nochmal, ähm... Hier rein. Warte, den Rest. Hab da nichts zum Fressen. Aber da oben das Zeug will ich noch mitnehmen, ne? Kreuz-Truhe. Patronen-Gurt-Bots. Cool. Das ist eine Mötz. Stahl-Sperre. Also, hier lohnt sich. Klatschen wir heute echt gut rein, ne? Was macht ihr denn, Jungs? Oh, Gott. Och, Gott. Och, die Armen. Er kommt her. Einer für dich. Einer für dich. So, warte. Ich hab gleich genug Ausdauer. Und dann gibt's die letzte Schelle. Achtung. Jawoll. So, was war es hier nochmal? Nochmal Sarahs Schatzkarte im Doppelpark heute. Messing. Unten ist noch Müll. Vielleicht gibt's da noch was zum Fressen. Wäre cool. So. Natürlich nicht. Arschlöcher. Ich fahr, ich fahr zur Händlerin. Bevor ich hier qualvoll verende. Auf geht's. Das ist jetzt wichtiger hier. Oh, Junge, der Hunger. Krieg ich dadurch Schaden? Müssen wir mal beobachten. Das wäre eine Autofahrt, eine wegtreten. Und dann. War's das. So. Ich würde erstmal kurz nach Hause fahren. Und dort was zum Essen holen. Und dann. Ähm. Ist das besser. So. Ich habe. Hunger. 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 Du hast. Irgendwas hier in der Nahrungskiste noch am Start. Gönn dir. Penne Eintopf. Gönn dir. Oh, es gibt 70. Und dann machst du meinetwegen noch eine Scham-Suppe. So. Dann, die ganzen Sachen kommen hier rein. Das kommt da rein. Mit der Ausnahme. Den. Und hier rein. Die Glühbirne kann man da reinpacken. Und dorthin. Dann reicht das erstmal. So, abgeben. Gucken. Was das so bringt. Dann haben wir ja noch. Zwölf Stunden, eine halbe Stunde bis zum 70. Tag. So. Ich würde das Hungerproblem bewusst sich gleich von selber. Und vielleicht reicht es auch schon hier, um Stufe 4 Quests mehr freizuschalten. Wäre auch cool. Du lum, du lum, du lum, du lam. Hey. Wow, ich dachte nicht, du hättest es in dir. Good job. ein Stufe 5. Ein Stufe 5. Das nehme ich mit. Und. Ich würde sagen, die Feuerachse. Ich nehme das Maschinengewehr mit. Aber konnte ich mir nicht zwei Sachen aussuchen? Ich nehme auf jeden Fall das Maschinengewehr. 50 damage. Boah, das ist ein deutliches Upgrade. Mega gut. Okay. Und das andere, die Feuer-Axt. Habe ich jetzt beides? Ja. Oh, mega. Ich habe ein besseres AK. Wie geil ist das denn? 50 damage. Oh, geil. Und es hat drei Slots frei. Das wird auf jeden Fall erstmal. Raus. Raus. Rein. Rein. Und abschließen. 52 damage. Oh, es ist so gut. Es ist so gut. Oh, mega. Ich freue mich. Okay. Hast du irgendwelche Aufgaben? Immer noch Stufe 3 Aufgaben. Okay. Aber hey, es hat sich gelohnt. Cool. Dann würde ich sagen, fahre ich zurück zur Basis und baue mal diesen Maschinengewehr-Geschütz-Turm noch auf. Den ich ja noch immer hier im Truck habe. Räume die Sachen raus und gucke mal, dass ich die Zeit bis zum 70. Tag noch ein bisschen vertreibe.